Hallo, hier ist der Martin von Money Bankies, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 13.11.2023 und unser DAX hat sich zum Freitag nochmal ein gutes Stück wieder hochgedrückt bekommen, beziehungsweise eigentlich fast mehr auf seinem Niveau gehalten. Wir waren am Vortag schon mal höher gewesen, hatten vom Tenor her so sinngemäß gesagt, dass ich über 280, wo war der Tagesschluss gewesen, ja, das hier, ja, hier war Schlusskerze gewesen, da hatte ich gesagt, dass ich überall von 280, 300 auf jeden Fall eher Long suchen würde, sollte aber weiter nach unten rutschen, da hatte ich gesagt, würde ich unter 230 eher vorsichtiger werden, ja, auch wenn er da unter der 200 rumschrubbt, für mich nicht unbedingt ein Grund gewesen, um schon short zu gehen, hatte ich gesagt, also noch nicht zum Freitag, da hätte ich gerne erst eine rote Tageskerze sehen wollen, aber eben, um ein bisschen vorsichtiger zu werden und, ja, so gesehen, der DAX hat halt ein bisschen, ja, eine unnötige Runde noch gedreht, aber sei ihm gegönnt, hat sich hier mal wieder, hat mal wieder einen Freitag gezeigt, wie man lange nicht gesehen hatten und nochmal schön hinten raus sich reaktiviert bekommen hat, Tagesschluss, Wochenschluss und alles nochmal schön nach oben gezogen hat, hat der eine oder andere in den letzten zwei schwachen Monaten schon fast vergessen, wie das funktioniert normalerweise im DAX, muss ganz ehrlich sagen, war auch ein bisschen überrascht, wie viel er dann tatsächlich noch hochgegangen ist, also mich hätte das auch nicht gewundert, wenn er auf 230, 260 einfach rausgegangen wäre, nö, er ist sich noch über die 300 geschoben, dann steht natürlich so jetzt erstmal noch in einer guten Situation da, das heißt, ich hatte am Freitag gesagt, ich würde noch nicht shorten, auch nicht, wenn er unter der 230, 200 fällt, weil ich erst eine rote Tageskerze sehe, die ist natürlich nun auch nicht da, das heißt, wir haben jetzt hier auch wieder eine grüne Tageskerze, wir stehen wieder am Channel, das heißt, selbst wenn er sich am Montag nach unten durchfledert, wäre das für mich eher erstmal noch ein Grund zuzugucken, noch nicht versuchen, prozüglich da irgendwo drinnen rumzuspringen, aber er müsste wieder unter 200, er müsste unter 230 wieder, um sich negativ ein bisschen einzutriggern, 230 drunter, um sich weiter nach unten fortpflanzen zu können, dann wäre hier nochmal Anlaufzone so im Bereich um 15,70 zu suchen, wenn er den schwach notiert, wenn er jetzt einfach nur abkippt und diese abendliche Erholung zerwirkt, ohne dass er jetzt vielleicht einmal bloß ein Gap-Kloß auf ein Xetra-Kloß setzt, sondern wirklich unter 230, 200 zurückgeht, dann würde er am Montag erstmal Risiko auf der Unterseite entfalten, das heißt, ich würde mich dort eher auch erstmal wieder zurückhalten, er kann im Zweifel dann auf die 15,70, 15,100 fallen und wenn das nicht hält, ich habe hier auch mal ein Pfeil jetzt mit reingemalt, dann geht es auch schnell hier tiefer halt, dann ist das Gap hier zu, dann ist die 9,30, 9,60 zu und dann geht er auch einen ganzen Meter tiefer. Also wenn er jetzt zwei Abwärtstrendbrüche hier nicht schafft, einmal den auf Stundenebene, einmal den auf Tagesebene, dann tut es ihn so und so ein paar Meter zurücksetzen, wenn er dann dreht, aber muss er eben auch erstmal machen. Ja, und solange der über 300 bleibt, da bleibe ich dabei, 300, 280, alles darüber ist für mich jetzt erstmal aufwärtsorientiert, das heißt, ich würde dort eher versuchen, Long-Positionen zu suchen, auf weitere Hochs hin, hier natürlich auch im Fokus noch die 200-Tage-Linie im Tagese-Chart, auch im Fokus das obere Band, die obere Kante hier im Bereich um 4,45, 4,55, da hatten wir öfter mal drüber gesprochen, ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas auch am Montag schon erreicht werden könnte, wenn er gut reinkommt, ne, und dann haben wir da oben 500, 55, 5,70, bis eben hier an die 200-Tage-Linie um 6,50 Platz erstmal. Ja, um es sich noch zu entfalten und deswegen würde ich einfach oberhalb von, solange da jetzt keine stressvollen roten Kerzen kommen, erst mal im Zweifel nach oben raus ein paar Punkte suchen und ich denke, brauchen wir auch nicht komplizierter machen, als es ist. Können wir damit das Video schon zumachen, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg am Montag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Vielen Dank.